Hallo, ich bin Vanessa und ich mache Lehrers Textiltechnologin bei der Firma Löffler in Red. Ich habe mich für eine Lehre beim Löffler entschieden, weil mich die Arbeit mit Textilien, Maschinen und unterschiedlichen Materialien interessiert. Es macht mir Spaß, dass ich neben manuellen Tätigkeiten auch Arbeiten am Computer durchführen kann. Mir gefällt es, dass wir bei Löffler alle so toll zusammenarbeiten und dass jeder sehr hilfsbereit ist. Hallo, ich bin der Adrian und ich bin bei Löffler als Textiltechnologe tätig. Ich habe mich schon immer für die Herstellung von Bekleidung und für Sport interessiert. Die Möglichkeit, das hier bei Löffler zu kombinieren, ist einfach perfekt. Die Aufgaben sind sehr abwechslungsreich. Als Textiltechnologe bin ich dafür verantwortlich, den Produktionsvorgang zu überwachen und regelmäßig zu kontrollieren. Neben der Wartung der Maschinen bin ich für die Fehlerbehebung zuständig und bestücke die Strickmaschinen nach. Wenn dich unser Beruf bei der Firma Löffler interessiert, dann komm zum Schnuppern vorbei. Wir freuen uns auf dich.